johann willkommen mein name ist dann und ich begrüße euch zurück zuletzt mit fröderik wurde entführt also der großvater von charia von der fendel armee und wir müssen zur nordlandstraße zur grenzfeste und so weiter und so fort ich möchte so betonen ja man merkt vielleicht ist aber noch ein bisschen her seit ich das spiel gespielt habe wir sind immer noch in dieser aufnahme genau so konnte er hier nein nein bock hebt ihr schön es ist eine epic so kacke warum machen wir denn so wenig ja deswegen habe ich ja wir schauen und röckchen zahlen wir lange kommen später klauen dabei spoiler das war dann schock werden verletzt hat leerling was passiert Ich weiß über meinen Vater, Frederik. Du musst nicht entschuldigen. Lord Asbel! Schau, mehr Fendelien-Würfe! Wann Fendel hat ihre Hand auf diese? Ich weiß nicht, aber sie schlafen für unsere Wurzeln. Fendel ist nicht losz. Die Stadt wird in sehr schwierigen Problem, wenn sie durchführen. Wir müssen sie hier stoppen. Wir haben viele frontale Assaults versucht. Aber wir haben einfach nicht die Männer, um sie zu combattern. Dann müssen wir mit dem Terrain gehen. Vielleicht können wir ihn auf einen Kliff. Einen Kliff? Der Meadow an der Lone Hill ist nicht weit von hier. Ich stelle die Wege. Du gehst und unsere Menschen zur Sicherheit. Was machst du? Du wirst sehen. Bitte keine Selbstmordkommandos. Erstmal. Sehen irgendwie putzig aus. Ich bin Asbel Lont. Ich bin Asbel Lont. Sonne von Lord Aston. Und König der Windor Kingdom. Ich bin. Ich bin ein bisschen dagegen. Ich bin ein bisschen auf der Wurzeln. die anderen nein verdammt hat er sie so als wäre es noch zu ende machen oder präzision das mal erst mal später kann man hier einfacher werden werde schon sehen mein gott das ding ruckelt voll wann bist du am ruckeln leckst du etwa man überprüft mal eine internet leitung du noch ich habe da kommt nicht so jetzt sind wir wieder hier ganz am anfang da kennt ja noch da kennt ihr die ja noch die mamma aber das hat weh mann wunderbar hat sich doch gelohnt so meinetwegen ja hier kann man es wieder hoch ein also hier schmacht am los und sehr auf ihn wird verbessert das war das mit k manchmal zwei auf einmal erledigt man auch die geführte frau du hältst viel aus okay ich habe vergessen wie viel wir abziehen ja es wäre glaube ich besser wenn ich jedem kampf mitnehmen und noch meine namenlose haben wie die wohl heißen was da schon mit einer ist das neu gekommen und da gab es abklingelt sagt und abklingeln da gibt es so das ist ein tag des lebens meine verdammt aber so hat mann ich war hoch wäre ich bekämpfe ich jetzt nicht noch mal und speichern wir noch mal für schlimmsten fälle hier ja so eine dreierdingen zu machen sieht man ja nicht so oft aber ich habe es so kommt er jetzt war diese panzer spinnen nicht aber wir haben wahrscheinlich schon irgendwo hinter und seien da sind da noch hat da war gerade nur drei nein die schön blumen Gott, nicht wieder. Es ist alles vorbei. Ich kann nicht niemanden schützen. Das kann nicht passieren. Nein! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe es nicht mehr aufgenommen. Ich habe es nicht mehr aufgenommen. Ich habe es nicht mehr aufgenommen. ja ja ich muss ja immer noch fach werden nicht spamm weil er effektiv ist tut mir ja eif solchermalskund therapienblitz bringt's auch lehmung ok ja wenn ich hier noch ein bisschen verlicht angeht aber nicht so produktiv wie möglich machen ein paar fahren einfach wir spielen kannst du den kontrollern an und jetzt noch mal nein geht auch nicht mal nein ich lieb es doch nicht auch damit macht das nicht noch mal ein auto ergeweckt man kann man sich hier sehr schnell auf der lage was heilig so viel nein machen wir tun mir das jetzt nicht an nein bist du ein blöder sagt nein was wir uns erst haben sie zu schießen hier und wer kann ein gegner sein da hat jetzt gibt es auch auf böse böse roboter weil ich das ist meine nerven ok wo die kohle so viel wieso so viel ist doch ganz offensichtlich so viel oder es kann nicht so viel es ist unmöglich so viel ist so viel ist sie hat sie sind sie sind sie sind sie sind sie sind sie ist es sie stehe es ist aber was es will ihr zeigt das sehen wir erst im nächsten part von letzt wird jetzt westlich bedanke ich fürs zuschauen und sage tschüss Peace.